Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich wurde gefragt, ob ich mal ein Video mit Tipps dazu machen kann, was man tun kann, wenn alle in der Familie krank sind. Oder wenn man als Mama krank ist, was man dann tun kann. Ich möchte jetzt nicht sagen, trink eine heiße Zitrone und nimm Vitamine zu dir und mach ein Dampfbad. Also darum soll es nicht gehen, sondern so ein Ansätzen von einem Mama-Coach, was ich euch mitgeben kann, was dann in so einer Situation hilft. Also es ist egal, ob einfach alle in der Familie krank sind oder ob du als Mama krank bist. Das ist immer so das Schlimmste. Und da habe ich jetzt fünf Tipps für euch zusammengetragen. Mein erster Tipp ist, annehmen, was ist. Also nimm an, dass es jetzt so ist, dass du jetzt krank bist und dass du mit dieser Situation jetzt, so wie sie ist, umgehen musst. Also es hilft dann halt nichts, den ganzen Tag halt da zu sitzen und ach wie scheiße und so doof, dass ich jetzt krank bin und ich brauche das jetzt nicht. Hilft dir absolut nicht. Also nimm an, was es jetzt so ist und guck, wie du diese Tage, wie du diese Wochen überstehen kannst. Tipp Nummer zwei. Wenn du krank bist, muss nichts mehr perfekt sein. Auch wenn sonst, ich auch immer sage, es muss nichts perfekt sein, in dem Moment ist wirklich alles egal. Da ist es egal, dass sich die Wäscheberge häufen, dass sich der Abwasch häuft, dass du eigentlich mal wieder Staub saugen müsstest, dass du eigentlich mal wieder das Bad putzen müsstest, dass du dir eigentlich mal wieder die Haare waschen müsstest. Das ist, wenn du krank bist, völlig egal. Und wer darüber urteilt, den kannst du zum Teufel jagen. Das ist in dem Moment völlig, völlig egal. Das Einzige, was wichtig ist, ist, dass ihr alle wieder gesund werdet. Fertig, was anderes ist gerade völlig egal. Und sich da dann frei davon zu machen, dass man jetzt eigentlich dies und das und jenes machen müsste, nein, ist im Moment egal. Mein dritter Tipp ist, weil es auch so darum ging, ja, was mache ich denn dann so mit meinen Kindern, wenn ich mich gar nicht so richtig um die kümmern kann? Stickerbücher. Das ist bei mir wirklich Stickerbücher, weil dafür musst du dich nicht irgendwo hinsetzen, irgendwo hingehen. Das kannst du so im Liegen, auf der Couch, auf dem Bett machen. Wenn du halt selber total platt bist, legst du dich halt hin. Kinder setzen oder legen sich daneben und dann macht ihr zusammen diese Stickerbücher. Das ist, das ist mein Tipp Nummer eins. Ich verlinke euch unten in der Infobox mal so meine liebsten Stickerbücher, die wir auch gerade so aktuell benutzen. Also das ist immer, Stickerbücher geht dann bei uns immer, weil natürlich ist dann auch so, okay, dann ist es auch mal okay, einen Film zu gucken oder was auch immer. Möchte man ja aber auch nicht die ganze Zeit, also man selbst nicht und meine Kinder tatsächlich auch nicht. Aber sowas geht bei uns dann in solchen Momenten auch immer. Mein vierter Tipp ist, dein Netzwerk. Sorge dafür, dass du ein Netzwerk hast, auf das du in solchen Momenten zurückgreifen kannst. Das heißt Familie, das heißt Freunde. Das heißt vielleicht auch sich mal im Vorfeld, bevor diese Situation eintritt, bei der Krankenkasse informieren. Was habe ich denn dann für Möglichkeiten? Wie kann mir denn dann geholfen werden? Schau auch im Vorfeld mal, gibt es irgendwelche Familienerziehungsberatungsstellen, die dir in solchen Momenten helfen? Weil es gibt mancherorts dann so Leute, die einfach ehrenamtlich arbeiten, die dann auch mal zu dir kommen und tatsächlich dir mal eine Wäsche waschen, dir mal durchsaugen oder sich auch mal zwei Stunden um deine Kinder kümmern, weil du vielleicht auch mal zum Arzt musst, wenn du zum Beispiel nicht Familie am Ort hast oder die dir nicht helfen können. Aber es ist ganz wichtig, ein Netzwerk als Mama zu haben. Aus Freunden, aus Familien, aus anderen Stellen, die dir helfen können. Gerade in solchen Momenten, wenn du krank bist, wenn deine Familie krank ist, ist das ganz, 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 ganz wichtig. Ich würde es nicht schaffen, wenn ich krank bin, wenn ich meine Familie und Freunde nicht hätten, die mir dabei helfen. Ich würde es tatsächlich nicht schaffen. Es ginge nicht. Ich lag hier schon, ich konnte mich nicht mal richtig um mich selbst kümmern. Wie hätte ich mich dann um diese zwei Kinder kümmern können? Also es ist ganz, ganz wichtig, also schon im Vorfeld, bevor das passiert, sich ein Netzwerk zu schaffen, auf das man sich verlassen kann, das dann in solchen Momenten auch tatsächlich hilft. Und mein fünfter Tipp sind ätherische Öle. Wenn man krank ist, ganz klassisch Eukalyptus, weil es einfach so dieses Gefühl von, okay, ich kann wieder durchatmen. Also das so einfach jetzt doch mal was in die Richtung des Körperlichen, wenn man denn krank ist. ansonsten Serenity liebe ich halt, zum Entspannen, zum Runterkommen. Und auch so dieses, ne, oftmals ist ja, wenn alle krank sind, auch so eine gewisse gereizte Stimmung in der Luft, weil man kann nicht raus, man kann nicht toben, man kann dies und das und jenes nicht. Es geht einem schlecht. Und da einfach so ein bisschen zur Entspannung, zum Runterkommen, sehr, sehr gerne Serenity. Oder, wenn man die Stimmung richtig heben möchte, also wenn alle halt echt platt sind und man denkt, okay, irgendwie muss jetzt mal hier so ein bisschen Leben in die Bude, soweit das eben geht, kommt ja auf den Krankheitsstatus an, dann einfach zum Beispiel Wild Orange Diffusion. Das ist so, das ist so das, für mich Must Have, weil es einfach die Stimmung so ein bisschen anhebt. Vielleicht dann auch an den Tagen, wo es dann einem ein bisschen besser geht, um sich selber dann auch zu motivieren, okay, jetzt geht es mir körperlich wieder so gut, mental noch nicht so, deswegen brauche ich vielleicht diese Unterstützung, um mich jetzt vielleicht doch wieder um meinen Haushalt zu kümmern und mir vielleicht auch mal die Haare zu waschen oder was auch immer. Ich hoffe, diese fünf Tipps konnten euch ein bisschen helfen. Teilt sehr, sehr gerne unten in den Kommentaren eure Tipps, was ihr für Erfahrungen gemacht habt, was man tun kann, wenn man selber als Mama krank ist beziehungsweise die komplette Familie krank ist, was ihr da so empfehlen könnt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss!